Hast du schon gehört? US-Rapper Rick Ross spielt ein Konzert in Berlin, aber wo sind die Fans? Angekündigt wurde das Ganze von Rick Ross selbst als ein fettes Event. Doch irgendwie wirkt die ganze Veranstaltung wie eine 4Free-Aktion in einem Park mit ein paar hundert Fans. Manch andere Rapper hätten den Auftritt einfach geskippt. Rick Ross hat trotzdem durchgezogen und eine nice Show abgeliefert. Für mehr Rap-News, mach das bloß weg und folg unserem Kanal. Wir halten dich auf dem Laufenden. Und wir sind im Gleichigen Zeit. Vielen Dank.